Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute zeige ich dir mal, wie du den perfekten Podcast aufnimmst und abmischt. Also, los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich feststelle, dass hier nicht nur Musiker zuschauen und Produzenten, sondern vor allem auch viele Leute, die einfach nicht Musik aufnehmen wollen, sondern nur ihre Stimme. Für einen Podcast zum Beispiel. Aber ganz oft kriege ich dann die Frage gestellt, ob ich mal zeigen kann, wie man denn so eine Stimme perfekt für einen Podcast aufnehmen und abmischen kann. Und heute ist es soweit, heute möchte ich es endlich zeigen. Heute schauen wir uns in zwei Schritten mal an, wie man die perfekte Podcast-Stimme aufnehmen kann. Und der erste Schritt ist natürlich die Aufnahme, das schauen wir uns hier vor der Kamera an. Und der zweite Schritt ist die Session, in der wir dann gleich die Stimme perfekt mischen und zwar so abmischen, dass sie gut klingt und vor allem, dass sie laut ist. Denn nichts ist schlimmer als ein Podcast, den man kaum verstehen kann, wo man das Radio dann aufreißen muss, damit man überhaupt mal ein Wort versteht. Nein, wir machen heute die Stimme schön und wir machen sie laut, also so, dass sie wirklich konkurrenzfähig auch mit dem ist, was zum Beispiel ein Radiomoderator im Radio macht. Aber das schauen wir uns erst im zweiten Schritt an. Deswegen gibt es heute auch keine Frage der Woche. Es gibt die Aufnahme und den Mix und das dauert ein bisschen länger. Deswegen keine Frage der Woche, wie sonst üblich. Und wir gehen jetzt, glaube ich, direkt mal in Medias Res. Ich habe nämlich hier schon ein Mikrofon aufgebaut, denn alles fängt natürlich mit einem Mikrofon an. Wir fangen also mit der Aufnahme an. Und ich habe mir hier mal beim großen T ein Mikrofon gekauft. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich hole es mal hier rüber. Und zwar von der Firma Rode. Das NT-USB heißt es. Ich gucke mal, dass ich es hier rübergeschoben kriege. Ja, sieht schön aus. Das ist der Popschutz, der dabei mitgeliefert wird. Und ich gucke mal kurz, dass ich den Kopfhörer zur Seite schiebe. Kann ich das irgendwie zeigen hier? So, das ist das... Bleibst du da? So, das ist das NT-USB. Ein USB-Großmembran-Mikrofon, bei dem man nicht nur seinen Kopfhörer direkt anschließen kann und direkt hören kann, was man macht, sondern wo man auch noch ein kleines Audio-Interface eingebaut hat. Das heißt, man braucht über den USB-Stecker, der hier unten dran ist, eigentlich nichts weiteres außer dieses Mikrofon und einen Kopfhörer und noch eine Software, mit der man das aufnehmen kann. Das Mikrofon hat einen tollen Klang, den hören wir uns gleich an und kostet, glaube ich, 150 Euro, habe ich dafür bezahlt. Also, ein tolles Mikrofon. Für den Preis kann man wirklich nicht meckern. Mit USB-Interface, alles drin. Mehr braucht man als Podcaster nicht. Ich weiß, es gibt von Rode auch den Podcaster. Das ist aber ein dynamisches Mikrofon, anderes Funktionsprinzip und deswegen wollte ich das nicht ausprobieren. Außerdem spricht man da von oben rein und nicht von vorne. Ich mag Großmembran-Mikrofone, weil die einfach einen schönen Klang haben und wir wollen ja einen schönen Klang haben bei unserem Podcast. So, es gibt beim Aufnehmen sowohl bei der Musik als auch bei Podcasts gibt es eine ganz wichtige Regel und die heißt Shit in, Shit out. Mit anderen Worten, hast du eine schlechte Aufnahme, kannst du daraus hinterher im Mix keine gute Aufnahme machen. Das heißt, eine gute Aufnahme und ein guter Sound, ein guter Podcast fängt damit an, dass du eine gute Aufnahme machst. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe das Mikrofon ja hier vorbereitet, denn es gibt verschiedene Aufnahmepositionen. Zunächst einmal solltest du darauf achten, dass du, wie hier mitgeliefert, einen Popschutz vor deinem Mikrofon drauf hast. Der Popschutz, der sorgt dafür, dass bei Plosivlauten, das sind Laute wie zum Beispiel P oder K, also Laute, Stopplaute, die im Mund entstehen, wo starke Druckwellen, Luftdruckwellen erzeugt werden, wo die gebrochen werden. Die werden von diesem Schirm gebrochen und prallen dadurch nicht auf die Membran drauf. Das gibt nämlich ganz fiese Bumsgeräusche, muss man schon fast sagen. Popschutz und Bumsgeräusche, ich bin aber auch heute unterwegs. Also es rumpelt auf jeden Fall im Mikrofon. Sagen wir mal so, das bringt es, glaube ich, jugendfrei auf den Punkt. Nein, man muss einfach mal die Hand vor den Mund halten und einmal mal machen. Dann wird man sehr schnell feststellen, dass da eine starke Druckwelle ankommt. Und wenn diese Druckwelle direkt auf die Membran trifft, dann gibt es einfach einen Knall im Mikrofon. Und den kriegt man hinterher auch in der Aufnahme nicht wieder rauseditiert. Also deswegen den Popschutz davor machen. Dann wird diese Luftdruckwelle auf jeden Fall gebrochen. Und falls du nicht so einen schönen dabei hast, wie bei diesem Mikrofon, bei deinem Mikrofon, die kann man auch extern kaufen. Gibt es also verschiedene auch in der Anwendung. Und wenn du kein Geld dafür hast, kannst du dir auch aus Draht einen Kleiderbügel nehmen, den zu etwas Rundem biegen und dann eine Strumpfhose drüber ziehen und davor halten. Das hilft auch. Alter Trick aus der Vergangenheit. So, jetzt gibt es verschiedene Aufnahmepositionen. Und da solltest du ein bisschen rumexperimentieren. Denn man kann verschiedene Sounds schon vor dem Mikro generieren. Ich gehe mal davon aus, dass das Mikrofon sauber eingepegelt ist. Das Rode NT-USB hat einen sehr, sehr konservativen, also sehr niedrigen, aber vernünftigen Pegel eingestellt von sich aus, den man hier am Gerät auch nicht verändern kann. Das ist ganz praktisch, da kann man hier auch nichts kaputt machen. Und das kann man dann hier im Rechner einstellen. Falls du nicht weißt, wie das bei deinem Rechner geht oder bei deinem Mikrofon, dann solltest du mal in die Bedienungsanleitung reinschauen. Da steht auf jeden Fall alles drin erklärt. Und falls du vielleicht Interesse daran haben solltest, den ganzen technischen Vorbereitungskrams, den ich heute natürlich nicht erklären kann, auch zu sehen. Also Mikrofon auspacken, anschließen, einrichten, in welcher DRW, also in welcher Software wird aufgenommen und so weiter. Falls du das auch mal sehen möchtest. Und ich das quasi für Beginner, sagen wir mal so, erkläre, dann schreibst du mir bitte unten in die Kommentare und dann kann ich darauf auf jeden Fall reagieren. So, also wir sind vor dem Mikrofon. Ich stelle es mal hier hin. Wir haben den Popschutz davor. Und jetzt muss man wissen, bei einem Großmembran-Mikrofon wie diesem hier ist es so, wenn ich ganz nah rangehe, dann klingt die Stimme so, wie du es gerade hörst. Und wenn ich etwas weiter weg gehe, dann wird die Stimme immer dünner und es kommt ein kleines bisschen der Raumeindruck dazu. Das heißt, die Schallwellen, die meine Stimme erzeugt, werden vom Raum reflektiert und von diesem Mikrofon dann auch mehr aufgenommen, weil das Verhältnis zwischen meiner Stimme und dem Raumklang ein etwas anderes ist. Denn meine Stimme ist ein bisschen leiser, weil ich vom Mikrofon weiter weg bin. Dadurch kann ein bisschen mehr vom Raum aufgenommen werden. Und gerade bei Räumen, die nicht akustisch optimiert sind, ist es doch so, dass man das eigentlich vermeiden will. Deswegen gilt es, den richtigen Abstand zu halten. Aber wenn man ganz nah rangeht, dann hat man diesen Nahbesprechungseffekt. Das ist ganz toll, weil die Stimme dann sehr warm und sehr fett klingt. Aber das kann auch ein bisschen zu viel sein und das kriegt man ganz schwer rauseditiert. Das heißt, wenn du eine normale Sprechstimme haben möchtest, dann solltest du darauf achten, dass du einen Abstand ungefähr wie jetzt hier hast. Das ist ungefähr, ja, ich schätze mal sieben bis maximal zehn Zentimeter ist das ungefähr. Also für mich ist das meistens so als Orientierung ein Zeigefingerabstand zum Drahtgeflecht vom Mikrofon. Und wenn ich dann so aufnehme, dann bekomme ich eine ganz normale Stimme, mit der ich dann auch einsprechen kann. Also haben wir die Aufnahme einigermaßen ordentlich im Raum. Achso, du solltest vielleicht vorher noch, wenn du etwas lesen solltest zum Beispiel, ein bisschen üben, ein bisschen warm machen, viel trinken, denn sonst kriegt man viele Schmatzlaute ins Signal rein. Die kriegt man nämlich auch nicht rauseditiert und die sind auch nicht besonders schön. Also viel trinken, vorher den Text einmal gelesen haben und dann kann man mit passendem Abstand hier ins Mikrofon reinsprechen. Und dann hat man eben nicht Shit-In, sondern hat man eine ordentliche Aufnahme aufgenommen. Passender Abstand, Popschutz, dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Wenn wir die Aufnahme so gemacht haben sollten, ich stelle das Mikrofon mal zur Seite. Achso, was auch noch toll ist, ist bei dem Rode kannst du einen Kopfhörer anschließen. Wenn du das bei deinem Mikrofon auch machen kannst, dann ist es super gut, den Kopfhörer beim Einsprechen aufzuhaben, denn so kannst du genau kontrollieren, wie deine Stimme klingt und wenn du sie hier reinsprichst. Und falls du dir nicht sicher bist, wie es klingt und du das über den Kopfhörer vielleicht während der Aufnahme auch nicht kontrollieren kannst, dann mach einfach drei Testaufnahmen, die du jeweils im Abstand von, was weiß ich, zwei, drei Zentimetern zum Mikrofon machst, dann sieben Zentimeter ungefähr und dann nochmal 15 Zentimeter. Das ist ungefähr so der Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger, wenn man die Hand spreizt, ungefähr so. Mach drei Testaufnahmen, hör sie dir an und dann hör dir an, welche dir am besten gefällt und die nimmst du dann später für deinen Podcast. So, wenn wir so die Aufnahme gestaltet haben, dann gehen wir jetzt mal rüber in die Session und bearbeiten die Aufnahme. Wenn dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du jetzt auf den Daumen nach oben drückst. Und wenn dir das Video dir nicht gefallen sollte, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Falls du noch kein Abonnent von diesem Kanal sein solltest, würde ich mich freuen, wenn du auch darüber mal nachdenkst. Und vielleicht hast du ja Lust, jetzt schon auf den Abo-Knopf zu drücken und daneben auf jeden Fall nicht die Glocke verpassen, denn dann kriegst du demnächst auch mit, wenn ein neues Video rauskommt oder wenn ich zum Beispiel wieder live mische, wie es demnächst wieder vorkommt. Aber jetzt Schritt zwei. Wir mischen die Stimme so, dass wir mit jedem Radiomoderator mithalten können. Also los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und ich habe die Aufnahme von drei verschiedenen Stimmvarianten gemacht und die habe ich in Studio One vorgenommen. Du wirst dich fragen, warum ich Studio One als DAW ausgewählt habe. Ganz einfach. Ich finde, wenn man für einen Podcast sich ein teures Mikrofon kauft und 150 Euro ist ja schon eine ganze Menge Geld, dann sollte man nicht an der Software sparen und auch da eine professionelle Variante nehmen. Und Studio One, PreSonus stellt mit Studio One mit der Artist-Version für einen knappen 100-Euro-Schein wirklich eine Top-Software auf professionellem Niveau zur Verfügung. Und ich finde, wenn man da so viel Geld für ein Mikrofon ausgegeben hat, dann sollte man nochmal nicht so knausrig sein und nochmal 100 Euro drauflegen, um eine professionelle Bearbeitungssoftware zu haben. Es gibt jede Menge Free-Versionen von diversen DAWs, die sind aber alle in der Funktion eingeschränkt. Und es gibt auch Audacity, wo man einigermaßen gut mit aufnehmen und auch bearbeiten kann. Da gibt es auch Jünger, die schwören darauf. Mir persönlich ist es zu kompliziert. Außerdem ist die Bearbeitung destruktiv. Das heißt, wenn ich eine Bearbeitung vom Audiosignal vornehme, dann ist das auch fest eingebaut. Das kann man nicht wieder rückgängig machen. Und hier kann ich nicht destruktiv arbeiten. Wenn mir das nicht gefällt zwischendurch, dann kann ich es wieder rausnehmen und wieder reinmachen oder wieder rausnehmen und wieder reinmachen. Ganz einfach. Eine professionelle digitale Audio-Workstation sollte man sich gönnen. Und mit der Artist-Version von Studio One, mittlerweile in Version 4 verfügbar, macht man gar nichts verkehrt, weil es wirklich eine sehr, sehr gute DAW, mit der man gut arbeiten kann. Also, ich habe in Studio One aufgenommen. Dies ist noch Version 3.5. Aber das macht keinen Unterschied. Und ich habe in drei verschiedenen Abständen aufgenommen. Ich habe einmal hier mit 3 bis 5 cm Abstand aufgenommen. Dann habe ich mit 7 bis 10 cm Abstand aufgenommen vor dem Mikrofon. Und dann nochmal mit 15 bis 20, das ist ungefähr so diese Fingerlänge zwischen Daumen und kleinem Finger, wenn ich die Hand spreize. Mit diesem Abstand habe ich aufgenommen. Und wir hören mal rein, wie unterschiedlich diese Signale klingen. Die sind jetzt noch sehr leise. Du siehst, dass ich sie mit einem sehr konservativen Pegel aufgenommen habe. Das habe ich einfach gemacht, weil ich immer dafür sorgen will, dass ich nicht, falls ich mal irgendwann zu laut werden sollte, dass ich dann zu viel Pegel drin habe und dass das Signal dann übersteuert. Du könntest jetzt hier noch ein kleines bisschen höher aussteuern, aber ich habe das jetzt hier einfach mal so gemacht. Heutzutage ist auch gar nicht so wichtig mehr, dass man wirklich bis oben an die Null aussteuert und so ganz knapp vor die Null kommt. Denn das Problem wäre, wenn man da tatsächlich über die digitale 0 dB Grenze kommt, dann würde das Signal verzerren und dann wäre es kaputt und man kann es nicht mehr benutzen oder nur noch unter großem Aufwand reparieren. Ich nehme also sehr konservativ auf, nicht zu leise, aber eben nicht auch zu laut und kann dann damit dann später alles machen, was ich möchte. Wie gesagt, das ist meine Wellenform, die wir hier zur Verfügung haben. Und wir hören jetzt mal kurz rein, es ist nicht sehr besonders laut, deswegen müsstest du fürs Reinhören jetzt mal kurz deinen Kopfhörer gleich ein bisschen lauter drehen. Wir hören zuerst einmal rein, wie die Stimme am Anfang klingt mit dem Nahbesprechungseffekt und damit mit drei bis maximal fünf Zentimeter Abstand zur Kapsel. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Eine semantisch nahezu völlig entkernte Worthülse. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Man hört so richtig schön, wie so ein intimer Effekt ist, dass die Stimme wirklich ganz nah am Ohr zu sein scheint, auch durch die Wärme, die sie natürlich vermittelt. Das Problem ist nur, das kann manchmal zu viel werden und das ist relativ schwer rauszukriegen mit einem Equalizer. Also man kriegt es auf jeden Fall nicht sehr charmant raus, wenn es einem zu viel geworden ist. Aber man kann sich in diesen Effekt verlieben, weil die Stimme klingt einfach größer, larger than life, wie der Engländer sagt, größer als das Leben. Wir hören mal in die zweite Spur rein. Und zwar mit knapp sieben Zentimeter Abstand habe ich die aufgenommen und die klingt so. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Eine semantisch nahezu völlig entkernte Worthülse. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Diese Stimme hat auch durchaus ihren Bassanteil, aber ist jetzt eben nicht so überpräsent im unteren Frequenzbereich. Dementsprechend klingt die Stimme ein kleines bisschen weiter von uns entfernt, aber nicht unangenehm und sehr natürlich. Für mich persönlich der perfekte Abstand, aber wir hören nochmal, wie es klingt, wenn ich 15 bis 20 Zentimeter Abstand habe. Dann klingt das Ganze nämlich so. Diese Stimme klingt jetzt weiter entfernt vom Zuhörer, ist sie ja auch, also zumindest weiter entfernt ja auch vom Mikrofon. Und dadurch, dass die Entfernung zum Mikrofon etwas größer geworden ist, ich habe es ja gerade schon gesagt, hat man auch die Möglichkeit, Raumanteile einzufangen. Manche mögen das, manche Leute mögen das nicht. Es sorgt für ein relativ natürliches Umfeld um die Stimme, aber es sorgt auch dafür, dass man die Stimme nicht ganz so gut danach bearbeiten kann. Ich persönlich tendiere dazu, die 7 bis 10 Zentimeter Abstand Variante zu machen, denn da hat man nicht zu viel Nahbesprechungseffekt, aber eine warme Stimme, aber auch nicht zu viel Raumanteile. Und gerade wenn du einen nicht unbedingt optimal bearbeiteten Raum zur Verfügung hast, dann ist das auf jeden Fall die Variante, mit der du am besten fahren solltest. So, wir bearbeiten jetzt einfach mal standardmäßig die normale Stimme hier bei 7 bis 10 Zentimeter Abstand und das machen wir in drei Schritten. Zum einen nutzen wir einen Equalizer, um das Signal im Sound ein bisschen zu formen. Zum zweiten benutzen wir ein oder zwei Kompressoren, um die Dynamik des Signals einzuschränken. Wenn du dir mal die Wellenform hier anguckst von dem Signal, dann wirst du sehen, dass hier zum Beispiel ein, zwei recht leise Wörter sind. Das ist also nicht viel großer Ausschlag hier in der Wellenform. Und dahinter kommt ein etwas deutlich größerer Ausschlag. Das heißt, wir haben hier eine leise Phrase, wir haben eine laute Phrase. Und damit es nicht passiert beim Hören, dass du bei den leisen Phrasen oder bei den leisen Passagen, dass du da einzelne Wörter nicht hören kannst und die lauten aber wiederum so laut sind, dass die Kopfhörer schon vom Kopf sprengen oder so, damit das schön ausgeglichen ist, benutzen wir zwei Kompressoren. Und weil die Wellenform ja hier nicht so stark ausgefallen ist, wir haben ja sehr konservativ aufgenommen, müssen wir das Signal danach natürlich noch ein kleines bisschen auf einen höheren Pegel bringen. Das heißt, damit es laut genug ist, dass man eben, wenn der fertige Podcast dann gehört wird, dass man nicht den iPod, das Handy oder das Autoradio volle Pulle aufdrehen muss, nur um gut zu verstehen, was hier passiert. Denn nichts ist schlimmer als ein zu leises Signal. Das heißt, wir bringen mit dem Equalizer Geschmack und Form ins Signal. Wir bringen mit den Kompressoren weniger Dynamik rein, damit es gleichmäßiger zu verstehen ist. Und mit einem Limiter am Schluss, als drittes Plugin, benutzen wir diesen, um das Ganze auf Lautstärke zu bringen. Wir fangen an mit dem Equalizer. Und bitte drehe deinen Kopfhörer gleich noch ein kleines bisschen auf, weil ich habe die Signale ja noch nicht laut gemacht. Dementsprechend müssen wir jetzt gleich nochmal hören, wie es klingt. Ich hoffe, dass der Unterschied zwischen meiner Stimme und dem, was wir hier gleich hören, nicht zu groß ist. So, also wir wählen dazu den hier mitgelieferten Equalizer, den Pro Q. Der ist auch in der Artist-Version drin. Ich habe hier zwar die Professional-Variante, aber in der Artist-Version für 100 Euro ist das auch mit drin. Ich mache ja schon richtig Färbung für das Programm. Aber auch, weil ich ein kleines bisschen verliebt bin, weil es ist einfach sehr kostengünstig, sehr preiswert, wirklich sein Preiswert und kann wirklich eine ganze Menge. Also, wir haben hier den Equalizer und da stellen wir drei Sachen ein. Zum einen beschneiden wir die Bässe unten rum, also die tiefen Frequenzanteile von unserer Aufnahme. Ganz einfach, weil da oft rumpeln sein kann, zum Beispiel, wenn man mit den Füßen während der Aufnahme auf den Boden gekommen ist, dann kommt so ein Tieffrequenz, das Rumpeln, das wollen wir wegschneiden. Und zum Zweiten nehmen wir ein bisschen aus dem Mittenbereich raus. Dadurch wird die Stimme ein bisschen klarer. Und zum Dritten heben wir in den Präsenzen noch ein bisschen an, im höheren Bereich, ungefähr bei 4, 5 Kilohertz, um nochmal die Sprachverständlichkeit ein bisschen zu unterstützen. Wir fangen also an mit einem Low-Cut-Filter. Ein Low-Cut übersetzt heißt ein Tiefenabschneider und der schneidet die tiefen Frequenzen ab. Falls sich grundsätzlich die Technik hinter einem Equalizer interessiert, dann kannst du gerne mal hier oben reingucken. Verlinke ich dir, wo sind meine Kunst? Ja, da. Verlinke ich dir einen dreiteiligen oder vierteiligen Kurs zum Thema Equalizer. Da erkläre ich alle Grundlagen. Kannst da reinschauen, kannst du dich informieren. Und da ist auch als erstes im ersten Video der Low-Cut-Filter erklärt. Und mit dem Low-Cut kann man ganz einfach die unteren Frequenzabteile abschneiden. Schau mal hier, das ist das Frequenzspektrum von 0 Hertz bis 20 Kilohertz. Und wenn ich jetzt hier mit dem Low-Cut bei 75 Hertz abschneide, dann wirst du sehen, die Kurve senkt sich hier ab. Und genau das passiert dann auch beim Signal letztendlich. Und wir schneiden mit dem Low-Cut-Filter so weit ab, dass wir die Stimme nicht unangenehm verbiegen. Dazu drehe ich hier einfach, ich greife hier einfach mal mit der Maus hier die Frequenz und drehe dann einfach mal hier ein kleines bisschen am Regler und kann hier hochdrehen ungefähr. Und dann kann ich sehen, kann ich hören, weil wir hören ja mit unseren Ohren, was genau mit der Stimme passiert. Wir starten bei 75 Hertz und hören mal, was passiert mit der Stimme. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Eine semantisch nahezu völlig entkehrte Vorhülse. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Oder, ich stelle normalerweise irgendwas um 100 Hertz ein, das machen wir jetzt auch mal so, damit sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Also Low-Cut bei circa 100 Hertz, deine Stimme wird dadurch ein kleines bisschen aufgeräumter im tieffrequenten Bereich, aber eben nicht beschnitten und in ihrem Soundcharakter untenrum beschnitten. Als nächstes, Klarheit in den Mitten möchten wir. Es gibt einen Frequenzbereich hier ungefähr um 500 Hertz. Das ist der Bereich, den ich jetzt hier mal anhebe. Den nennt der Engländer, nennt ihn gerne Boxy. Ich nenne ihn gerne die Pappe. Es klingt ein bisschen so, als wenn man in eine Pappbox reinsprechen würde. So ein ganz unangenehmer, mittiger Ton. Ich habe das hier mal angehoben. Das heißt, wir sollten das jetzt auch direkt hören können. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Klingt so, als wenn man in so einen Pappkarton reinsprechen würde. Und dieser Teil, den senken wir ein kleines bisschen ab, damit wir ein bisschen mehr Sprachverständlichkeit haben. Das heißt, wenn du einen Multiband Equalizer wie ich hier zur Verfügung hast, du bist also in Studio One oder in deiner DAW, dann geh doch mal in den Bereich von 500 Hertz. Machen wir mal jetzt, ich gebe die 500 Hertz jetzt einfach mal vor. Normalerweise würden wir suchen, welcher Frequenzanteil uns da nicht so gut gefällt. Aber 500 Hertz ist immer eine gute Marke. Und wenn du dich nicht traust, weiter zu suchen, dann stell einfach mal 500 Hertz ein. Und hier kannst du dann die Absenkung eingeben mit minus drei Dezibel. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Eine semantisch nahezu völlig entkehrte Worthülse. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Klingt ein bisschen klarer. Ich kann es noch mal ein bisschen deutlicher machen. Wir machen mal minus sechs Dezibel. Ich mache es aus. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Eine semantisch nahezu völlig entkehrte Worthülse. Es wird sofort deutlich, dass die Stimme ein bisschen aufgeräumter wird. Minus sechs Dezibel ist mir persönlich zu viel, aber ich nehme minus drei Dezibel und damit fühle ich mich sehr wohl. Die Stimme ist jetzt also in der Mitte ein kleines bisschen aufgeräumter. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Wir machen noch eine kleine Anhebung in den Präsenzen und das ist ungefähr bei fünf Kilohertz. Wir senken ab bei 100 Hertz. Wir senken ein bisschen ab bei 500 Hertz und wir heben an im Bereich der Sprachverständlichkeit ungefähr bei fünf Kilohertz. Und auch da heben wir drei Dezibel an. Drei Dezibel vorher abgesenkt. Hier heben wir drei Dezibel an. Ich überbetone den Bereich mal, damit du hörst, was ich damit meine. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Das ist ein bisschen tiefer. Ich drehe mal ein bisschen. Oder aber der Fraselnde wiederholt kluge Gedanken anderer, ohne sie im Ansatz zu verstehen. Hier ist es in diesem Fall bei 4,5 Kilohertz. Ein Bereich, der mir sehr gut gefällt. Wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach stark angehoben hier um 12 Dezibel und habe einfach ein kleines bisschen den Frequenzbereich bewegt. Der Engländer nennt das Sweepen und habe so da einen Teil gesucht, der überbetont mir trotzdem gut gefällt an der Stimme. Und das ist hier in diesem Fall bei 4,5 Kilohertz. Und den hebe ich natürlich jetzt nicht dauerhaft mit 12 Dezibel an. Das wäre viel zu viel und würde auch sehr unnatürlich klingen, sondern ich hebe den mit 3 Dezibel an. Und ich mache den noch mal aus, dann können wir noch mal reinhören und ich mache ihn noch mal an. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Eine semantisch nahezu völlig entkehnte Worthülse. Ich hebe mal 6 Dezibel an, dann kann man es noch klarer hören. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts. Soll ein bisschen der Klarheit dienen, darf aber nicht zu viel werden. Deswegen mache ich noch mal 3 Dezibel und nicht 6 Dezibel. Und jetzt mache ich den Equalizer einfach mal aus und dann mache ich an. Dann kannst du nämlich direkt hören, was passiert mit dem Signal. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Eine semantisch nahezu völlig entkehnte Worthülse. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Klarer, aufgeräumter, besser zu verstehen, das hat der Equalizer hier bewirkt. Und mir persönlich gefällt das Signal jetzt deutlich besser als vorher. Also 3 Moves, Low Cut, Absenkung in den Mitten bei 4,500 Hertz und eine leichte Anhebung in den Präsenzbereich von der Stimme bei ungefähr 4 bis 5 Kilohertz, also 4 bis 5000 Hertz. Damit hast du den Equalizer-Test erfolgreich bestanden und wir gehen weiter zur Dynamik-Abteilung, nämlich zum Kompressor. Und dann nehmen wir den Standard-Kompressor als erstes mal, der hier auch bei Studio One mitgeliefert wird. Der sieht so aus und falls du auch dich dafür interessierst, wie ein Kompressor aufgebaut ist, funktioniert und vor allem was er macht, dann findest du auch hier wieder einen Link. Nämlich da gibt es eine dreiteilige Serie, die ich mal gemacht habe zum Thema und da siehst du in kurzen Videos genau wie die einzelnen Regler, welche Funktionen die haben und so weiter und so fort. Jetzt musst du mir einfach nur folgen und mir glauben, das was ich jetzt einfach mal sage, denn die Einstellung, wenn du die jetzt vornimmst, so wie ich sie auch einstelle, dann solltest du eigentlich auf der sicheren Seite sein. Also mit dem Kompressor schränken wir die Dynamik ein. Der Kompressor sorgt dafür, dass ein Signal ein bisschen zusammengestaucht wird in der Dynamik, also nicht ganz so laute Ausschläge wie die hier zum Beispiel zu sehen sind. Wenn wir mal reingehen, sehen wir, dass wir einen großen Ausschlag haben und hier haben wir wenig Ausschlag an dieser Stelle. Das heißt, die leisen Signale sollen ungefähr mit denen hier angeglichen werden in ihrer Lautstärke. Das heißt, hier alles, was oberhalb meiner Maus jetzt zum Beispiel zu sehen ist, soll ein bisschen leiser gemacht werden und das macht der Kompressor auch gut. Und ich benutze gerne zwei Kompressoren. Einen, der sehr schnell eingestellt ist, der die schnellen Peaks abfangen soll und das ganze Signal ein bisschen ausgleicht und einen, der ein bisschen langsamer arbeitet. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Und zwar beim Ausgleichen soll der nicht schnell reagieren, sondern der soll schnell wieder zurückfahren. Ich erkläre das aber in dem dreiteiligen Kurs. Also folge mir einfach hier im Kompressortutorial jetzt vom Podcast. Wir stellen den Kompressor wie folgt ein. Eine Kompressionsrate von 4 zu 1 und die Attackzeit möchte ich relativ langsam haben. Die ist mit 2 Millisekunden durchaus noch im langsamen Bereich. Dann stelle ich hier den selbstregelnden Faktor hier adaptiv. Das bedeutet, dass der Kompressor selber regelt. Das stelle ich aus, sondern ich stelle diese Geschwindigkeit selber ein. Und die Releasezeit, die Zeit, mit der das Signal zurückgeregelt wird, nachdem es komprimiert wurde, stelle ich auf ruckizucki schnell. Also eine mittlere Attackzeit um die 2 Millisekunden eine ganz schnelle Releasezeit und ein Kompressionsverhältnis von 4 zu 1 sorgen dafür, dass unser Signal jetzt gleich schön zusammen komprimiert wird. Und damit es nicht zu sehr komprimiert wird, sondern nur ungefähr 5 Dezibel, das kann man hier an diesem Ausschlag an den Dynamic Range Reduction Meter sehen, also hier kann man sehen, wie viel tatsächlich komprimiert wird, regeln wir jetzt hier auf der linken Seite mit dem Threshold einfach so weit runter, bis hier auf der rechten Seite durchschnittlich minus 5 Dezibel komprimiert werden. Also, hören wir mal rein, das muss man beim Hören und beim Sehen machen. Die Phrase ist die kleine Ich drehe mal den Threshold-Regler runter. Eine semantisch nahezu völlig entkehrte Worthülse, sie simuliert Inhalt, sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Oder aber, der Phraselnde wiederholt kluge Gedanken anderer, ohne sie im Ansatz zu verstehen. Muss er auch nicht. Die Phrase soll blenden, Eindruck machen, Wissen vorgeben und manche Bildungs- und Gesprächslücke oder Lüge auch nur dezent verhüllen. Im häufig emotional leeren Schwarzen Am besten sucht man sich eine Stelle, wo die Stimme sehr laut ist. Wir gucken mal kurz hier, wo wir hier noch ein bisschen höheren Ausschlag haben, hier vorne zum Beispiel. Von denen der Gesprächsbeginnende der Ansicht ist, sie könnten die Mehrheit der Anwesenden interessieren. So, und hier sieht man es jetzt, dass hier ungefähr um die 5 Dezibel komprimiert wurde. Das heißt, unser Signal wird in den Spitzen um 5 Dezibel in der Dynamik komprimiert und dementsprechend stellen wir dann hier auf der rechten Seite beim Gain die 5 Dezibel, die bei der Kompression verloren gegangen sind, wieder ein und regeln hier einfach mit dem Gain-Regler wieder 5 Dezibel hoch. Wenn das wirklich böhmische Dörfer für dich sein sollten, entweder stellst du es einfach blind so ein, wie ich das jetzt hier vorgebe oder aber du schaust einfach mal in den Kompressorkurs rein, den ich hier gemacht habe. Da wirst du nämlich wirklich alles erklärt bekommen und auch verstehen. Damit haben wir den ersten Kompressor eingestellt. Der komprimiert das Signal schon mal schön um 5 Dezibel und ich mag es einfach einen zweiten Kompressor reinzuladen, einfach nochmal um die dann übrigbleibenden Spitzen auch nochmal einzufangen und der wird genauso eingestellt, dass er auch wieder 5 Dezibel komprimiert, aber jetzt kommt das Praktische. Ich packe keinen Regler hier an, außer dem Threshold und lasse laufen, suche mir nochmal eine laute Stelle und gucke mal, dass wir wieder 5 Dezibel an. Ich gehe nicht an die Ratio rein, die bleibt standardmäßig eingestellt. Ich gehe nicht an die Attack-Zeit, an die Release-Zeit. Ich lasse ihn adaptiv eingestellt, hier auf der rechten Seite, damit er selber regeln kann, mit welcher Geschwindigkeit er arbeitet. Nein, ich nehme nur den Threshold und regle so weit runter, bis er 5 Dezibel minus, also komprimiert. Machen wir nochmal. Politik, Fußball, Kultur oder zum Beispiel Wein. Aber wer hat schon wirklich Ahnung von... Nochmal hier eine lautere Stelle suchen. Von denen der Gesprächsbeginnende, der andere... Ein bisschen zu viel. Wieder zurückregeln den Threshold. Und nochmal. Der daraus oft entstehende Smalltalk befasst sich dementsprechend mit Themen von... Das ist mir noch ein bisschen zu viel, aber da sind wir schon in der richtigen Reihe. Ungefähr 5 Dezibel soll er komprimieren. Der daraus oft entstehende Smalltalk befasst sich dementsprechend mit Themen, von denen der Gesprächsbeginnende der Ansicht ist, sie könnten die Mehrheit der Anwesenden interessieren. Politik, Fußball, Kultur oder zum Beispiel Wein. So, jetzt haben wir es wieder geschafft. Das war ungefähr um die 5 Dezibel komprimiert hier. Und die stelle ich wieder hier auf der rechten Seite ein. Das heißt, ich habe das Signal zweimal um 5 Dezibel in der Dynamik eingeschränkt und zweimal um 5 dB angehoben in der Spitze gewinnen wir dann also auch bei den leisen Teilen zusammen 10 Dezibel schon mal. Damit sollte das Signal jetzt deutlich lauter schon mal geworden sein. Aber eben noch nicht konkurrenzfähig laut. Deswegen machen wir jetzt noch einen Limiter. Und den Limiter, der beschränkt im Prinzip oben rum, also in der maximalen Pegelaussteuerung, begrenzt der das Signal, sodass es bis zu einem gewissen Pegel geht, aber eben nicht lauter in den Peaks. Ich erkläre das noch mal glaube ich ein bisschen besser. Wir nehmen erst mal einen Limiter, laden ihn rein, haben wir hier einen, genau da, das ist der Limiter. So, der Limiter ist im Prinzip auch ein Kompressor. Er komprimiert also alles, was zu laut ist, also alles, was oberhalb von irgendeinem Threshold liegt. Hier ist es aber so, dass er dafür sorgt, wenn man hier bei der Ceiling, bei der Oberkante, bei dem Ceiling ist auch ein Dach, glaube ich, übersetzt, aber bei Ceiling ist eine Oberkante, dass er dem Pegel, den wir da einstellen, alles, was darüber droht, hinauszugehen, einfach stumpf abschneidet und ich stelle hier in der Regel minus 1 dB ein bei der Ceiling. Das heißt, kein Peak im Signal soll lauter als minus 1 dB sein. Das heißt, selbst wenn das Schlimmste passiert oder so, dann wird auf keinen Fall ein Peak über minus 1 dB gehen und dementsprechend können wir auf keinen Fall ein übersteuertes Signal bekommen. Also, der Limiter schneidet alles, was zu laut ist, was nicht, was lauter als minus 1 dB werden möchte, schneidet er rigoros ab und zwar egal, wie viel Pegel ich reingebe. Das ist nämlich das Praktische an der ganzen Geschichte. Denn jetzt kann ich mit dem Signal, was ich habe, wer hat schon wirklich Ahnung von Wein? Wer die Autoren zum Beispiel... Im Moment komprimiert er nämlich noch gar nichts und limitiert auch gar nichts, weil das Signal, was reinkommt, noch gar nicht so laut ist, dass die einzelnen Peaks überhaupt bis minus 1 dB gehen. Und jetzt drehen wir hier auf der linken Seite mit dem Inputregler einfach so lange nach oben, bis unser Signal einen vernünftigen Pegel hat. Was ist der vernünftige Pegel? Du wirst hier gleich hier an diesem Mess, an dieser Messe hier sehen, wirst du zwei Ausschläge sehen. Einmal zwei blaue Balken, die immer zur Seite gehen und einen weißen Strich. Der weiße Strich gibt die durchschnittliche Lautstärke, die durchschnittliche Lautheit, die ihr misst an und die sollte ungefähr hier im Bereich von minus 12 dB sein. Das heißt, die weißen Striche, die da tanzen, sollten wir ungefähr bei minus 12 dB haben. Das heißt, ich drehe jetzt einfach mal den Inputregler hoch und gucke, dass wir die weißen Striche hier bei minus 12 dB einfangen. Wie lange haben wir schon? Schon 21 Minuten. Junge, Junge. Das ist aber eine lange Erklärung. Also. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Muss ich meinen Lautstärke hier runterlegen, weil jetzt wird laut. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Oder aber, der Phraselnde wiederholt kluge Gedanken anderer, ohne sie im Ansatz zu verstehen. Muss er auch nicht. Die Phrase soll blenden, Eindruck machen, Wissen vorgeben und manche Bildungs- und Gesprächslücke oder Lüge auch nur dezent verhüllen. Im häufig emotional leeren, schwarzen Raum zwischen menschlicher Kommunikation sorgt die gut eingesetzte Phrase für ein warmes, soziales Hintergrundrauschen. Wenn wir uns auf Firmen feiern, Hochzeiten, runden Geburtstagen oder anderen Gesellschaften. Jetzt haben wir es geschafft, dass mit dem Limiter, wir haben, wie viel haben wir draufgelegt? Ich glaube, 14 dB haben wir das Signal, was aus den Kompressoren rauskam, jetzt nochmal verstärkt. Das lag natürlich daran, dass ich hier diese konservative, leise Aufnahme gemacht habe. Wenn du mit mehr Pegel aufgenommen hast, wirst du sicherlich andere Pegel hier einstellen können, also vielleicht nicht so stark einstellen müssen. Aber wie gesagt, es ist ganz egal, dass du kannst eigentlich, ja, man kann schon zu leise aufnehmen, wenn du gar keine Wellen vor mir siehst, dann ist es natürlich Mist. Aber so in dem Bereich kannst du einigermaßen arbeiten und den Rest mit den Plug-ins auffahren. Wir haben also 14 dB hier draufgelegt. Sämtliche Peaks werden bei minus 1 dB Maximum abgeschnitten. Alle anderen Regler interessieren uns nicht. Und jetzt schauen wir nochmal, was hier genau passiert. Das heißt, er reduziert jetzt hier bei der Reduction auf jeden Fall zeigt er an, wie viel er reduziert bei den Peaks. Und darüber auf dem Pegelmesser zeigt er dir mit den weißen Strichen an, wo die mittlere Lautstärke ist, die er ausrechnet. Nicht die schnellen Peaks, sondern die mittlere, langsame Lautstärke, die gemessen wird. Und die sollte ungefähr bei minus 12 dB liegen. Also wir hören nochmal rein. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Eine semantisch nahezu völlig entkehrte Worthülse. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Oder aber, der Phraselnde wiederholt kluge Gedanken anderer. Also, leise und laute Passagen scheinen sehr ausgeglichen zu sein, dank der Kompressoren. Die Stimme klingt ordentlich und der Limiter macht sie vernünftig laut. Kurze Unterbrechung. Die Bearbeitung der anderen Spuren findest du als Outtake am Ende des Videos. Ich hoffe, das war nicht zu lang und es war nicht zu kompliziert. Wenn du nicht verstanden hast, was ich hier gemacht habe, kannst du trotzdem alle Einstellungen kopieren, die ich hier vorgenommen habe. Du findest die auch nochmal zum Nachlesen. Das erkläre ich dir gleich nochmal. Wenn wir aus der Session rausgehen, wo du alles findest zum Download, kannst du das hier auch nochmal runterladen. Also, ich wünsche dir viel Erfolg beim Nachbearbeiten und drück dir jetzt die Daumen, dass dein Podcast demnächst genauso gut klingt wie meiner. Also, los geht's nochmal rüber. Kurz auf die andere Kamera. Ja, von wegen Shit in, Shit out. Wir haben heute kein Shit aufgenommen und wir haben dadurch auch keine schlechte Aufnahme rausbekommen. Ich hoffe, es hat bei dir auch gut geklappt und du kannst die Tricks einigermaßen gebrauchen und die Einstellungen, die ich dir gerade gezeigt habe. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest in Ruhe, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun. Auf meiner Seite unter recordingblog.com findest du den Artikel nochmal und da habe ich alles nochmal akribisch untereinander aufgedröselt. Also, jeden Schritt und alle Tipps und Tricks beim Aufnehmen und beim Abmischen findest du dann nochmal sauber untereinander aufgelistet. Und, falls du diese Session vielleicht runterladen möchtest, die wir gerade bearbeitet haben, kannst du das dort auch tun. Da gibt es einen Link und dann kannst du die runterladen für Studio One 3. Kannst du es, oder 4 müsste es glaube ich auch funktionieren. Kannst du es runterladen und nochmal reinschauen, welche Einstellungen ich genau vorgenommen habe. Und vielleicht kannst du das ja als Blaupause für deinen Podcast direkt benutzen. Und wenn du magst, schreib auch gerne deinen Podcast mal unten drunter. Dann kann ich mal reinhören, ob es bei deiner Aufnahme auch gut geklappt hat. Und wenn du noch Fragen haben solltest, schreib mir entweder unten in die Kommentare oder eine Mail an jonas at recording-blog.com. Ich freue mich immer, wenn ich da Fragen beantworten kann. Und freue mich natürlich, wenn mir da auch nette Worte geschrieben werden. Und alles so. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und von dir vor allem zu hören. Wenn du magst, sehen wir uns dann nächste Woche wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und als Beste. Mach's gut und Yassu! Das Tolle ist jetzt, dass wir diese Einstellung, die wir jetzt vorgenommen haben, auch auf die beiden anderen Spuren übertragen können. Ich mache das mal kurz hier. Denn die weiter entfernten Signale, die wir aufgenommen haben und die Signale, die wir näher aufgenommen haben, profitieren natürlich von dieser Bearbeitung auch. Das Einzige, was wir dann noch ein bisschen korrigieren müssten, wären die Einstellung bei den Kompressoren, weil hier speziell bei der nahen Aufnahme natürlich mehr Pegel reinkommt und entsprechend kann man die Kompressoren ein bisschen destruktiver, ein destruktiver, ein bisschen konservativer einstellen. Und bei der weiter entfernten Stimme, da müsste man ein kleines bisschen mehr drauflegen, weil die Stimme ja auch leiser aufgenommen worden ist. Wir hören trotzdem mal kurz rein im Vergleich dazu, also die Nahaufnahme. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Eine semantisch nahezu völlig entkernte Worthüte. Bisschen zu stark komprimiert. Gehen wir mal kurz rein. Machen wir noch den Graben. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Oder aber der Phraselnde wiederholt kluge Gedanken anderer, ohne sie im Ansatz zu verstehen. Muss er auch nicht. Die Phrase soll blenden. Okay, den haben wir ein bisschen zurückgedreht, den zweiten auch. Eindruck machen, Wissen vorgeben oder manche Bildungs- und Gesprächslücke oder Lüge. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Eine semantisch nahezu völlig entkernte Worthülse. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Oder aber der Phraselnde wiederholt kluge Gedanken anderer, ohne sie im Ansatz zu verstehen. So, jetzt haben wir es eingemals vergleichbar gemacht. Das heißt, ich habe überall ein bisschen runtergeregelt. Jetzt klingt die erste Stimme im Vergleich zur zweiten. Die Phrase ist die kleine Königin im Reich der Kommunikation. Eine semantisch nahezu völlig entkernte Worthülse. Sie simuliert Inhalt. Sie klingt gut, hat aber meist wenig oder fast gar nichts zu sagen. Und so ist es jetzt nur noch reine Geschmackssache, welche Variante dir gefällt. Sie klingt cool. Und das ist jetzt auch ein bisschen Wayne wie bei dem sagten die Geh